BELLA BAMBI BELLA BAMBI gibt es in vier unterschiedlichen Intensitäten, in jeweils zwei Farben und zwei Größen. BELLA BAMBI SENSITIVE ist das sanfteste Material und BELLA BAMBI INTENSE ist das kräftigste Material. Und die goldene Mitte ist zweigeteilt. Regular liegt zwischen SENSITIVE und ACTIVE. ACTIVE liegt zwischen Regular und Intense. Für sanfte Anwendungen oder an sensiblen Körperstellen empfehlen wir die weicheren Intensitäten. Und für kräftige Anwendungen und einen intensiven Massageeffekt greifst du zu den stärkeren Intensitäten.